Sam! Lambert, was soll der Mist? Ich hab's ihm erzählt, als ich ihn aus Island abgezogen hab. Ist ihm nicht willkommen. Tja, nachdem man sein Eigenfleisch und Blut verloren hat, ist man nicht mehr derselbe. Hier wird ihn jetzt aber, als Oma und ich habe. Es ist nell Trip, seine Reise zu erógen. Achtung, die Bremerzegang wird jetzt nicht mehr in die Zeit. Bis dann? Der Wegeleisen! Der Wegeleisen! Der Wegeleisen! Und jetzt? Der Wegeleisen! Der Wegeleisen! Ich weiß nicht mehr, dass ich meine Reisei nicht verstehe. Das ist das preached?」 Deine Anstriker! Ich habe schon nicht. Was einen nicht umbringt, machte einen nur härter. Es war knapp, aber Sam kam gerade noch mal mit dem Leben davon. Da er nichts mehr zu verlieren hatte, nahm er den gefährlichsten Auftrag seines Lebens an. Und zwischen all den anderen verzweifelten Gestalten im Gefängnis fiel er nicht einmal auf. In Ellsworth gab es keine Sonderbehandlung. Sam war nur einer von vielen. Es war kein Zuckerschlecken für ihn, so viel steht fest. Es fiel ihm nicht schwer, wie ein Häufchen Eilein zu wirken, seit Sarah seine Tochter getötet wurde. Er sank so tief, wie ein Mann nur sinken konnte. War das etwa alles? Na komm schon! Schrecklich mit anzusehen, wie ein Mensch so stark abbaut. Insgeheim hoffte ich, dass diese Mission ihm wieder auf die Beine helfen würde. Wir brauchten ihn. Er war der Beste für diesen Job. Ellsworth. Ein seltsamer Ort, um das Leben eines Mannes zu retten.